Diese Ermittler schauen auf kleinste Details. An der Suchaktion waren ca. 50 Leute beteiligt. DNA-Spuren, Fasern, Fingerabdrücke. Die Spur ist mit einer Million Fingern verglichen worden. Jeder Hinweis zählt. Mit Sicherheit ist das ein besonderer Fall gewesen. Es ist ein gutes Gefühl, teilgenommen zu haben an der Aufklärung anzubieten. Anwälte der Toten. Morgen ab 22.55 Uhr.